Die nächste Springprüfung auf dem Springplatz, das ist dann die 12, eine Stehenspringprüfung der Klasse A, ein Stern mit Stechen. Diese Prüfung ist eine Qualifikation für den VJC, die der Oberpfalz. Und falls Sie mittlerweile ganz viel Hunger haben, meine Damen und Herren, schauen Sie am Versorgungsstand vorbei. Mittlerweile ist auch für das Mittagessen alles vorbereitet. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an diesem Saustagvormittag hier, bei den Pfänefreunden Eichendorf. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an diesem Saustagvormittag. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an diesem Saustagvormittag. Wir wünschen Ihnen einen selbst Saustagvormittag. Wir wünschen Ihnen einen Assault. Wir wünschen Ihnen einen B mystisch, Sie haben02 Saustagvormittag noch un-hundredsun. Die Stadt ist in der Nähe von der Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020